Oh, mein Schwert geht kaputt. John1 heißt Tim, Alyse und ich. Und was ist mit mich? Mit mich? Alles klar, guck dir das an. Wow, das ist ja überhaupt nicht von dem anderen Jump'n'Run geklaut. Er hat das doch selber gebaut. Ach, das ist der gleiche Typ? Ja. Ach so, weil unter das Video so viele drunter geschrieben haben, dass sie auch eins bauen wollen. Ja, aber krass irgendwie. Gucken, ob da wirklich welche bauen. Nicht so, solche Sprünge macht man nicht. Die sind ätzend. Ähm, also ich sag mal, ich bin froh, wenn ich den ersten Checkpoint schaffe. Oh Gott. Oh Gott. Hab ich geschafft. Ätzend. Das ist ja, was ist denn falsch mit dir? Was ist falsch mit dem Jungen? Das sind einfach so 10.000 ätzende Sprünge nacheinander und kein Checkpoint. Ich muss die eigentlich mit Jomaru machen. Der kann's genauso wenig wie du. Wow. Ich weiß nicht, wie ich den machen soll. Du scheinst ja aber auch nicht zu können. Ah, ich hab's geschafft. Ah, fick dich. Scheiße. Wenn ich jetzt hier irgendwo runterfalle, weine ich, Alter. Alter, ich hoffe so sehr, dass du runterfällst. Dann schaff ich's vielleicht noch aufzuholen. Ah, 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 tsch, war knapp, war knapp, war knapp. Ey, ganz im Ernst, wie soll man denn diesen Sprung schaffen? Der ist gar nicht schwer, der da drin. Doch, ich verstehe es einfach nicht. Ich spring immer gegen die Leiter und dann falle ich runter. Ey, wenn ich hier runterfalle, ne? Dann feiere ich. Ah, ich hab den Checkpoint. Oh Gott. Hey, lol. Hast du mich verreckt? Hä? Achso, ich muss ins Loch, alles klar. Hey, ganze Mensch, ich hab keine Ahnung, wie... Wie soll ich das machen? Ich bin in mir drin. Ja, ich hab's geschafft. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Hä? Hä? Hallo, kann ich das jetzt, kann ich da bitte jetzt rauf? Ey, das ist lächerlich. Ich hab irgendwie so das Gefühl, über dieses Jump'n'Run kannst du kein Video machen. Das shopfst du nicht innerhalb von 10 Minuten. Oh, ne Videos sind nie innerhalb von 10 Minuten. Ich cutte sie in 10 Minuten. Hä? Willst du mich verarschen? Hallo? Was soll denn das? Ey. So langsam? Das macht nicht mal mehr Spaß. Also ich finde, das macht mega Spaß. Ey. Es macht zumindest Spaß zu hören, wie du ragedst. Das ist halt voll nicht witzig, Mann. Im Ernst jetzt. Du hast wenigstens einen Checkpoint mehr als ich. Es muss doch funktionieren. Nur sogar zwei. Hey. Der andere Leitersprung ist ja noch größerer Abfuck. Draußen? Nein, immer noch drinnen. Aber über dem Lavasee. Was ist eigentlich die graue Zahl hinter unseren Namen? Äh. Die Fels. Die Tote? Oh, mein Essen ist fertig. Ich hör kurz mein Essen. Viel Spaß. Danke. Ey. Wieso bist du wieder weggegangen? Kannst du wieder hierbleiben und mir zeigen, wie der Sprung hier geht? Hä? Oh. Oh. Oh mein Gott. Na ja, sag nicht, du hast es geschafft. Wenn ich jetzt runterfalle, ne? Ich glaube, die Leitersprünge sind gar nicht so mein Problem. Es sind eher so die normalen Sprünge. Oh, Checkpoint. Oh Gott. Ey, alles voll mit Leitern, ne? Das ist unglaublich. Nein. Hä? Wie soll das denn gehen? Bis jetzt bei dem Sprung, wo ich gerade... Der Sprung direkt nach dem Checkpoint. Ja, da hing ich auch die ganze Zeit. Den meinte ich. Hä? Ist der möglich? Ja, hab ich auch gerade geschafft. Hä? Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ich habe ihn geschafft. Und nächsten Sprung verkackt. Ich habe einen Checkpoint. Ja, gut. Ich glaube, ich habe abgekürzt. Man hätte noch da unten springen, dass man nicht war. Ich springe da jetzt nicht auf. Keine Lust drauf. Oh Gott. Jetzt habe ich den Sprung wieder die ganze Zeit nicht, Alter. Hä? Dieser Sprung. Ganz im Ernst, ne? Wer kommt denn auf die Idee, so einen Sprung zu machen? Und schon habe ich dich mit Fels überholt. Schon wieder. Volle Konzentration. Ich schaffe das jetzt. Easy. Komm schon. Komm schon. Ich habe es geschafft. Her als ob. 139 Fels. Alles klar. Der ist wirklich weg. Das war f**k. Nein, das war f**k. Vielen Dank.